Die Mikros gehen schon, da muss man entsprechend da ran. Ich mache mal weiter mit der Vorstellung. Es kommt jetzt Professor Alexander Filippowitsch, der ist Professor für Medienethik hier an der Hochschule für Philosophie in München. Beschäftigt sich entsprechend mit Handlungsmaximen, philosophisch und anders begründete für Journalisten. Beschäftigt sich aber auch mit der Rolle des Publikums, der sogenannten Pro-Humor und Pro-Ducer des digitalen Zeitartes. Wir haben ja eine neue Situation in der Öffentlichkeit und das heißt, der Leser und das Publikum, die sind nicht mehr so passend. Das ist auch ein Punkt, für den er sich interessiert. Und er hat sich auch gegen die jetzt überbordende Medienkritik gewendet, die wir erleben und hat gesagt, ist denn diese Empörungswelle über die Journalisten und die angeblich schlechte Berichterstattung nicht auch Teil einer Inszenierung und damit auch Teil eines Problems. Zuletzt Professor Amin Nasehi, er ist Soziologe hier an der LNU in München mit den Schwerpunkten Kultur und politische Soziologie, auch Wissenschaftssoziologie. Er hat sich unter anderem mit den Machern und Leitern der FGISA-Bewegung beschäftigt und hat gesagt, die sind leider klug, die haben es geschafft, sich auch zur Marke zu machen, ihre Bewegung und sie repräsentieren ein Gefühl, das mal auf einen kurzen Satz gebracht, sowas formuliert mir, ihr nehmt uns doch alle nicht ernst. Ihr, das sind die Medien, das sind aber auch die Politiker. Und dazu sage ich nochmal ganz kurz, was zur Einführung zu unserem Thema. Wir haben es mit einer historischen Glaubwürdigkeitskrise zu tun, die mehrere Aspekte hat, nämlich einmal gibt es mehr Kritikmöglichkeiten, mehr Möglichkeiten des öffentlichen Dialogs durch die Digitalisierung, durch die sozialen Medien, durch die vielfältigen Äußerungsformen, die es jetzt gibt, mehr Partizipation, das ist eine Chance. Wir erleben aber auch eben eine unglaubliche Welle von Skepsis, von genereller Verdrossenheit gegenüber Medien und ihren Machern. Es wird nicht nur die Glaubwürdigkeit und die Arbeit der Medien oft angezweifelt, sondern auch ihre grundsätzliche Kompetenz und ihr Auftrag. Wir würden also vielleicht auch diskutieren darüber, was hat die Presse eigentlich für einen Auftrag und haben wir das genug kommuniziert, wir Journalisten? Müssen wir da mehr tun, mehr offenlegen, wofür wir eigentlich da sind? Müssen wir unsere Rechercheergebnisse, unsere Quellen besser offenlegen? Was können wir tun, um vielleicht dieser Skepsis entgegenzuwirken? Oder wo kann man sagen, vielleicht müssen die Kritiker und die, die so scharf schießen, auch mal ihre eigene Glaubwürdigkeit beweisen und selbst offenlegen, welche Gründe sie eigentlich für ihre massive Kritik haben? Das scheint mir auch nicht immer ganz ausgewogen. Und jetzt würde ich gerne nochmal kurz, damit unser Podium auch weiß, den es vor sich hat, kurz mal das Publikum gefragt, wie viele Journalisten sind hier? Wer ist Journalist, der hier im Publikum sitzt? Sehr gut, das sind echt viele. Wer ist Blogger oder in den sozialen Medien unterwegs? Ja, deckt sich zum Teil. Wer hat eine Tageszeitung abonniert? Auch sehr viele. Wer holt sich Informationen hauptsächlich aus dem Internet? Auch alle. Das ist ein wunderbares Bild, das finde ich ganz toll. Und wir wissen jetzt alle mehr voneinander. Und ich möchte Ihnen noch etwas über den letzten freien Stuhl hier sagen. Wir werden jetzt ein bisschen hier mit diesem kompetenten Plenum diskutieren. Und dann aber jemanden aus dem Publikum bitten, sich als Experte auf Augenhöhe bitte auf diesen Stuhl zu setzen. Und vielleicht mal eine Viertelstunde mit zu diskutieren. Sie können also schon mal ausgucken, auch bei Ihrem Nachbarn mal anstoßen, wer nach vorne will. Wer sich für eines dieser Themen vielleicht auch kompetent fühlt. Und wir möchten damit, zumindest vom Pressegruppe aus, das war die Idee, auch diese neuen Möglichkeiten von Partizipation, Teilhabe, Dialog hier auch ein bisschen mal ausprobieren. Dann würde ich gerne in die Diskussion ansteigen. Ich würde vielleicht erst mal Herrn Ude bitten. Aus seiner Sicht, Herr Ude ist 1967, hat er bei der SZ angefangen. Da war gerade das legendäre Spiegelurteil von 1966 rausgekommen, wo vehement noch mal der Auftrag der Medien, ihre Bedeutung für die öffentliche Diskussion und Meinungsbildung, für die Demokratie und für die Freiheit, er wurde extra noch mal klargestellt, waren das goldene Zeiten. Damals sind Sie da sozusagen, was dieses Spiegelurteil und die Rolle der Presse angeht, die gerade so befestigt wurde. Wie standen Sie als Journalist da? War das eine goldene Zeit, wo man als Journalist dann jetzt mal ausgesorgt hatte und sich keine Politik mehr stellen musste? Also für mich war es ein tolles Jahr, weil ich bei der Süddeutschen als erstes das Thema Jugendschule, Hochschule bekommen habe. Und eine Woche später fingen die Studentenunruhen an. Mein Volontärsgebiet war eines der wichtigsten Ressorts der Zeitung. Das fällt einem Volontär nicht oft in den Schoß. Ansonsten zeigt ja gerade das Spiegelurteil, dass es keine goldenen Zeiten für die Medien waren, dass ein Chefredakteur eines bundesweiten Nachrichtenmagazins aufgrund bestrittener Telefonate in den Knast kommt und dort lange Zeit bleiben muss. Das ist ja kein goldenes Zeitalter der Pressefreiheit gewesen. Hier in München habe ich allerdings eine sehr freie Situation erlebt, mit einer Vielzahl von Zeitungen und dass München immer von anderen, die nur eine Springerzeitung oder nur einen regionalen Generalanzeiger haben, immer beleidet wurde. Aber beim Thema würde ich grundsätzlicher anfangen und gerne als erstes ein Aha-Erlebnis schildern, das ich vor wenigen Wochen in Jena hatte. Und zwar bei der Besichtigung einer Ausstellung zum Lutherjahr. Wir sind doch alle in der Schule aufgewachsen mit der Erkenntnis, dass die Heilige Schrift ist erst verbreitet worden dank der Erfindung der Buchdruckerkunst. Und in Jena sieht man Lutherbibeln von Lukas Kramach, den Jüngeren, illustriert, die aber sowas von infamer Hetze sind, sage ich als Protestant, dass einem die Spucke weg bleibt. Da wird der Papst zu Rom nicht nur als Verbrecher gezeigt, als Antichrist, sondern auch in einen Weibskörper mit Eselsfüßen gesteckt. Und er hat buchstäblich gequirlte Scheiße auf den Kopf, Papstmütze gestaltet wurde. Und es kommen Teufelsfüße auch noch aus seinem Geabendland. War selbst bei Verkündung der Heiligen Schrift nie so vornehm, wie es vor allem Pegida-Anhänger glauben, sondern die Buchdruckerkunst war ein Instrument im Meinungskampf. In diesem Fall zwischen den Konfessionen. Und die Katholiken haben genauso brutal mit Ibeln, mit pornografischen Bildern gegen Luther und die Ketzer zurückgeschlagen. Und die ganze Pressegeschichte ist eine Geschichte des Vorwurfs der Lügenpresse. Das waren erst die Feudalherren gegen die bürgerlichen Zeitungen. Dann war es die katholische Kirche gegen die liberale Presse. Dann war es die gesamte Arbeiterbewegung, ob sozialdemokratisch oder kommunistisch, gegen die bürgerliche Presse, was dort als Schimpfwort gemeint war. Dann haben die Nazis natürlich die liberalen Zeitungen als rückliche Presse bezeichnet, aber genauso die DDR, die gesamte Westpresse. Und das Erste, was ich erlebt habe, war, dass alle verkappten Anhänger des Nationalsozialismus das Wort Lizenzpresse, das ja sogar zutreffend war, denn es gab nur lizenzierte Zeitungen, als Beweis benutzte, dass die Presse eine Feindpresse, eine alliierte Presse ist. Und so geht es lückenlos weiter. In den Jahren, in denen sie als goldene Zeit der Pressefreiheit beschworen haben, gingen die Studenten, ich übrigens auch, auf die Straße, hier auf die Schellingstraße, um gegen die Springerpresse zu demonstrieren, die fast so als eine Art Bürgerkriegsvorbereiter empfunden wurde. Und dann habe ich als Reporter erlebt, als ich einmal, weil ich die Osterferien freigenommen hatte, musste ich zur Strafe am Pfingsten zum Vertriebenen treffen. Ja, da ist ja nur von der Lügenpresse die Rede gewesen. Und damit ist jede Zeitung gemeint gewesen, die nicht glaubte, dass man die Oder-Neiße-Grenze nochmal überschreiten kann und Schlesien und das Sudetenland wieder heim ins Reich holen kann. Das heißt, es war immer ein Vorwurf gegen die Presse der anderen Seite. Die Studenten wiederum haben mich als SZ-Reporter, als liberalen Scheißer beschimpft, weil ich halt doch darauf hinwies, dass bei aller Lust an der Provokation die Gesetze einzuhalten sind. Und damit war man ein liberaler Scheißer und für die Revolution nicht mehr zu gewinnen. Ja, das ist ja bestimmt. Ja, das stimmt. Also, was ich damit sagen will, ist, wir sollten heute nicht so zimperlich sein. Die Presseprodukte waren immer auch ein Kampforgan bei gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Nie so neutral und objektiv, wie sie vorgeben. Und sie sind von denen, die sich dadurch in Frage gestellt, gefühlt haben, immer scharf kritisiert worden, ob das die Arbeiterbewegung war oder die katholische Kirche oder die linke Studentenschaft oder die DDR oder die alten Nazis bei uns. Wer das Gefühl hatte, in der Presse zu kurz zu kommen, hat sie immer als Lügenpresse bezeichnet. Um das mal aufzunehmen, Stichwort Macht der Medien, die da immer kritisiert wurde, das ist ein besonderes Steckenverkehrt auch von Herrn von Loyevsky, was Herr Ude gerade geschildert hat, diese offensichtliche Macht, auch Deutungsmacht, Bildermacht der Medien, wurde schon immer kritisiert, wie Herr Ude gesagt hat. Und wie sehen Sie das, wenn Sie sich mit dem Thema heute beschäftigen? Darf ich auch 10 Minuten reden, Herr Ude? Hören Sie zu viel zu sagen? Ich glaube, als erstes, ich bin älter als Sie und ich sehe, weil die Zeit zwischen 1945, 48, 49 und 62 etwas anders ist. Ich glaube, in der Zeit haben wir einen anderen Journalismus gehabt. Ich könnte das auch hier belegen. Aber ich will mal auf die Frage der Macht der Medien eingehen, die Sie hier auch angesprochen haben. Das ist hier unser Thema heute. Es gibt mittlerweile in der Geschichtsschreibung und in der Grundfunkgeschichtsschreibung eine weit verbreitete These, vor allem dieses Potsdamer Institutes, die besagt, dass die Mauer am 9. November 1989 nur gefallen sei bei Hans-Joachim Friedrichs um 22.48, nach 8.30 Uhr gesagt hat, die Tore sind weit offen. Ich kann das alles bestätigen, aber ich weise sozusagen der Verdacht, der hinter dieser These durchscheint, nämlich, dass die DDR nicht überlebensfähig gewesen sei, sondern nur durch die Medien, durch die Macht der Medien, in diesem Falle des Senders-Weiß-Verlieben, dessen Intendant ich zufälligerweise war, nur deswegen gefallen sei, diese These wirklich energisch bestreiten. Sondern wir haben an diesem Abend berichtet, was gewesen ist und ich denke, das ist der wesentliche Auftrag von Journalisten, zu berichten, was ist und nicht etwas sozusagen selbst bewirken zu wollen. Jetzt bin ich wieder beim 9. November 1989. Wenn ich anschließend zu meinen alten Freunden nach Thüringen gefahren bin, die ich auch heute noch habe, da waren manche, die hatten in dieser Zeit eine tolle Karriere angelegt über die SED, über die Stasi und Ähnliches. Die sind an diesem 9. November alle um ihre Karriere gebracht worden. Ja, um ihren Lebensinhalt gebracht worden. Die sind gebracht worden, um ihre Chance, sich beruflich zu entwickeln, um ihr Einkommen, vielleicht auch um ihre Pension und ähnliche Sachen. Und das ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Wenn ich hier in München über den 9. November 1989 rede, sagen alle, Mensch, das war ein tolles Ereignis. Prima, dass die Journalisten auch sozusagen so funktioniert haben, wie sie funktioniert haben. Wenn ich zu diesen Freunden komme, und das sind viele, verdammt viele, und es sind immer noch einige, die auch heute noch das Sagen haben, dann sagen sie mir, verdammt nochmal, ihr hättet mal besser den Mund gehalten. Man hättet nicht sozusagen hier die Entscheider gespielt, sondern ihr hättet uns das allein machen sollen. Vielleicht wäre in der DDR, so gibt es einige Leute, die das sagen, das hat ja auch sehr gut. Vielleicht wäre die DDR dann nicht gefallen. Und wenn ich mir dieses angucke, dann muss ich eben doch sagen, wir haben offensichtlich mit allem, was wir tun, ob wir es bewusst tun oder nicht bewusst tun, einen großen Einfluss auf das, was Politik ist. Und eigentlich ist unser Einfluss, unser Auftrag nicht, Politik zu machen, sondern dafür haben wir ja mandatierte Leute, von denen ich nur wiederum mit des Bändis, sagen möchte, die viel zu wenig für wenige Rücksicht sind, dass sie zu wenig getragen, weil sie bei eigenes Mandat wahrzunehmen. Es ist ja unser Auftrag zu berichten und auch die Öffentlichkeit herzustellen zu solchen Ereignissen, egal welche Ereignisse eintreten. Also da willentlich was zurückzuhalten, wie Ihre Gesprächspartner da sich vielleicht gewünscht haben, wäre nicht unser Auftrag gewesen. Jetzt hat Herr Ude gerade gesagt, wir sollen mal nicht zu zimperlich sein. Herr Berls, Sie als Leiter des ZDF-Landestudios, Sie haben es wahrscheinlich mit einer Menge auch Online-Kommentare und Publikumsrückmeldungen zu Ihrer Arbeit zu tun, jetzt mal so aus der Praxis. Es gibt inzwischen ja Shitstorms-Drohungen, Beschimpfungen bis hin zu Morddrohungen gegen Journalistinnen. Wir haben hier eigentlich eingeladen, die konnte leider nicht kommen, Sabine Hoffmann, Sabrina Hoffmann von der Haftpost, die von einer Leserin angegangen wurde, die ihr gewünscht hat. Es ging um die Aufländer- und Zuwanderungsdiskussion. Sie wünsche ihr, sie sollte mal von einem Ausländer abends vergewaltigt werden, dann wüsste sie, wovon sie spricht. Herr Berls, jetzt mal aus der Praxis auch von Journalisten, ist man da zu zimperlich, wenn man sich da dann doch auch gegen so einen Dialog sperrt? Also ich bin da ganz bei Christian Rudin. Ich übernehme das sehr gern, seit man nicht so zimperlich. Ich bin ja der Meinung, es wäre alles vielleicht nur noch halb so schlimm, wenn wir an eine alte Tradition uns halten würden, und zwar nicht, dass jeder anonyme Leserbrief grundsätzlich, prinzipiell im Papierkorb bleibt. Und vieles von dem, was da kommt, kommt ja irgendwie anonym oder kaum entschlüsselbar daher. Für mich, wissen Sie, ich sehe morgens die Gruppe, wenn ich ins Studio komme, und sehe, dass unser Heute-Journal wieder drei Millionen Zuschauer hatte. und da geben wir uns und unsere Kollegen im In- und Ausland sehr viel Mühe, da eine ordentliche Sendung zu machen. Da passiert ab und zu mal ein Fehler, da wird mal ein ukrainischer Text, dann mit dem falschen Voice-Over belegt. Also die Stelle von der Minute 2,45 wird verwechselt mit der Stelle von Minute 3,45. Das ist ein handwerklicher Fehler, weil der Kollege aus Moskau sehr gut russisch kann, aber nicht sehr gut ukrainisch. So was passiert, aber alles in allem geben wir uns Mühe. Und wissen Sie, die drei Millionen, die dann so ein Heute-Journal hat, das ist eigentlich für mich viel wichtiger und viel befriedigender als 300 Dumpfbacken, die sich da in irgendeiner Art und Weise meinten, melken zu müssen. Ich will es aber nicht verniedlichen. Es gibt das Problem, wir diskutieren heute Abend ein in der Tat wichtiges Thema, diese Anonymität macht ja Mutig. Anonymität macht ja sehr Mutig. Diese anonymen Beschimpfungen und so weiter, die stören mich weniger. Was mich entsetzt, ist wie ein so unterirdisch schlechtes und dummes Buch wie das von Herrn Ulfkotten seit Monaten in der Spiegelliste ganz weit vorne stehen kann. Das zeigt natürlich schon an, dass es da eigentlich ist. Da gehen die Wesen auch schon in die Bedeutung. Und was mich um an den letzten Gedanken noch zu bringen, was mich an der ganzen Sache auch ärgert, ist nämlich der, dass uns Journalisten im Moment gar nichts anderes übrig bleibt als das, was die Amerikaner Rallye Around the Flag nennen. Wir müssen zusammenhalten, wir können eigentlich, wir müssen und alles das, was wir tun, verteidigen und haben eigentlich gar keine Möglichkeit mehr zu Selbstkritik. Das fiel mir einiges ein. Aber auch nicht sehr schätzen. Mir fiel einiges ein. Also ich als Fernsehmann. Das können Sie auch gerne vielleicht im Laufe des Abends noch detailliert darlegen. Genau. Und das verstellt natürlich, diese Abwehrhaltung, verstellt natürlich jedwede selbstkritischen Blick auf das, was wir tun. Wir sind ja in so einer Abwehrhaltung. Aber insgesamt bin ich sehr bei gut. Das ist ein wunderbares Sprung, wahrscheinlich für Herrn Felikowitsch. Die Frage, wie wir Journalisten mit unseren eigenen Maxime-Handlungs-Vakzinen und Grundsätzen umgehen können, ob wir da kritischer, selbstkritischer sein sollten. Sie haben ja so eine gemischte Position eigentlich. Einerseits auch der Verteidiger, andererseits sagen Sie, wir können vielleicht auch was anderes machen. Also ich, die medienethische Perspektive wäre zunächst erst mal klarzustellen, wie notwendig die Gesellschaft einen gut funktionierenden Journalismus braucht. Also wenn wir uns darüber nochmal reflektieren und Rechenschaft ablegen, offenbar sind wir der Meinung, dass wir für die Lösung unserer gesellschaftlichen Probleme so etwas brauchen wie einen beruflich organisierten, professionellen Journalismus. Und ich weiß nicht, wenn man das tatsächlich beherzigt, diese Idee, also die Demokratierelevanz eines guten Journalismus, wie man dann dem Journalismus, den es gibt, so ablehnend gegenüberstehen kann. Natürlich passieren Fehler im Journalismus, haufenweise. Und es gibt natürlich immer Meinungskämpfe, die entsprechend beschrieben worden sind. Aber unsere freie Gesellschaft braucht doch einen Journalismus. Und es liegt doch in unserem aller Interesse, dafür zu sorgen, dass es den gibt. Also das ist zunächst eine ethische Perspektive. dass ein Journalismus, ein Journalist selbstkritisch sein muss, wenn Fehler passieren, ist natürlich klar. Dass die Leute, die Medienkritik äußern, das eigentlich auch vorsichtig und bedächtig tun sollten und nicht sozusagen auch diesen Empörungswellen reiten, das finde ich irgendwie auch klar. Was das Problem ist, ist gerade dieser massive, nicht nur Glaubwürdigkeitskrise, sondern der Hass, der, also die Verachtung, die den Journalistinnen und Journalisten gegenüber dargebracht wird. Und das ist eine neue Kategorie. Also dass es immer schon so etwas gab wie, gut was die schreiben, das ist alles eh irgendwie Systempresse oder gelogen oder ideologisch oder was auch immer und dann haben sich die Lager schon aufgeteilt und am Ende kam irgendwie eine Gemengelage heraus. Aber die Verachtung, das finde ich doch erstaunt. Und ich vermute, dass es daran liegt, dass die Leute irgendwie die Erfahrung haben oder die Erfahrung machen, nicht das, was irgendwie wahr ist, kommt als Thema in die Öffentlichkeit, sondern das, was gut strategisch kommuniziert ist oder das, was aus strukturellen Gründen hochgespült wird. Also dass dieser Wahrheitsbezug irgendwie weggeht. Und diese Erfahrung, die führt offenbar bei den Leuten dazu, dass sie alles, was als Thema in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit hat, erst mal mit Vorsicht gegenüber stummeln. Und das ist mit, also ich bin relativ ratlos und sozusagen der Versuch des Medienethikers nicht zu schimpfen auf die, die Lügenpresse schreien und nicht auf die zu schimpfen, die Fehler im Journalismus machen, sondern irgendwie zu versuchen, diesen Diskurs darüber irgendwie auch... ... in der Berichterstattung über den Germanwings-Absturz gemerkt, dass diese Echtzeit-Medienkritik, die stattfindet, vor allem in den sozialen Netzwerken, zu einem Phänomen wird, was selber eigentlich kritisiert wird. Also das heißt, diese Empörung über schlechten Journalismus und die Worte sind eine Schande, zum Kotzen, was ihr macht, das sind die Worte, die gewählt werden für den Journalismus, der dort betrieben wird. Ich glaube, dass du noch... Ja, ganz kurz was vorlesen wir. Ein Facebook-Eintrag auf der Seite der Stiftung Warentest zum Thema Impfungen. Ihr seid doch gar nicht mehr glaubwürdig. Ihr seid genauso ein verlogenes und gekauftes Pack von der Industrie geworden, wie die Mainstream-Medien, ARD, etc. Verarscht von mir aus weiter die dummen Bürger, aber lasst unsere Kinder aus dem Spiel. Es geht ja um Impfungen. Gott sei Dank wachen immer mehr Menschen auf und durchschauen das verlobene System, womit wir seit 70 Jahren verarscht worden sind. Eure Zeit ist auch bald gekommen. Ihr werdet genauso aussterben, wie die verlogene Presse. Facebook beistet Gefahrenfest. Das sind die modernen Formen an Medienkritik und diese Art und Weise der Medienkritik ist in keiner Weise konstruktiv. Das ist ja auch keine Einladung zu einem Gespräch. Das ist irgendwie eine komische Situation. Und die Journalisten und die Journalisten haben es schwer, sich angesichts von solchen Verschwörungstheorien überhaupt mit rationalen Argumenten zu wehren oder zu äußern. Irgendwie ist das Gespräch mit solchen Vorwürfen immer vorbei. Und das ist schwierig. Herr Nasehi als Soziologe, wir haben jetzt auch in diesen Zitaten auch in dem, was Herr Felikowitsch gesagt hat, ja gesehen, es geht nicht mehr nur um die Auseinandersetzung über Themen oder um die Frage, ob ein bisschen besser oder schlechter recherchiert wurde oder vernachlässigbare oder auch zu berichtigende Fehler aufkommen, sondern es geht um Hass, um was Persönliches und um was ganz Grundsätzliches. Wie erklären Sie sich das, dass sozusagen diese Medienkritik möglicherweise, wie ganz hier sieht, auch in einem Wunsch nach einer ganz anderen Gesellschaft oder ganz anderen gesellschaftlichen Strukturen vorzelt? Also ich würde das Problem womöglich erstmal gar nicht von den Medien her mir ansehen, sondern von einer Gesellschaft, die offensichtlich verunsichert ist. Und das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Der erste Grund ist der, dass diese Gesellschaft eigentlich nicht mehr, und da stimmt es vielleicht doch ein bisschen mit dem goldenen Zeitalter, dass es nicht golden war in dem Sinne, dass alles in Ordnung war, aber indem man gewissermaßen Chiffren hatte, die Gesellschaft so zu beschreiben, dass sie von den meisten, die gelesen oder gehört oder gesehen haben, einigermaßen verstanden werden konnte. Wenn man heute mal ganz ehrlich ist, dann ist man auch als ein gut gewesener Journalist oder Journalistin, das gilt übrigens auch für Wissenschaftler, nicht mehr in der Lage, komplexe Phänomene so auf den Begriff zu bringen, dass man sie tatsächlich vergleichsweise verständlich wirklich erklären kann. Also verlangen Sie mal von jemandem wirklich rauszukriegen, warum Basel 3 so formuliert worden ist, wie es formuliert worden ist. Da geht es um die Frage, dass die Banken eigentlich nur für private Kredite Rücklagen bilden müssen, für Staatsanleihen aber nicht. Das ist ein ganz einfacher Satz, das kann Ihnen heute auch kein Volkswirt erklären, das können Ihnen ein paar Leute in der Politik erklären, weil es sozusagen einfacher ist, die Dinge so durchzubringen als anders, aber das ist so angemessen berichten können. Und aus der Perspektive der Gesellschaft erscheint diese Gesellschaft inzwischen als so undurchsichtig, dass sich die Sätze eher durchsetzen, die unglaublich durchsichtig sind. Wenn wir also schon über den Vorwurf der Lügenpresse sprechen, dann kann man ja sehr schön an den Verlautbarungen von Pegida-Teilnehmern sehen, dass selbst wenn man Ihnen die Dinge genau erklären würde, sie erst recht als Lüge entlarvt würden. Weil eine Erklärung ist so komplex, dass sie sozusagen nicht dazu dienen kann, die Welt zu ordnen, wie wir sie gerne hätten. Und deshalb, das kennen wir natürlich auch aus dem goldenen Zeitalter, Herr Ude, ja, also aus den früheren Zeiten, sind die Leute in Krisensituationen unglaublich anfällig für sehr einfache Erklärungen. Also Impfungen gehen auf wahrscheinlich israelische, was weiß ich, Ärzte zurück. Und natürlich ist jede Krise dieser Gesellschaft auf Einwanderung und Migrationsprobleme zurückzuführen. Und selbstverständlich geht es immer nur um den Profit. Das heißt, auch Stiftung Warentest ist gekauft. Das sind ja ganz einfache Schiffrinnen, die so einfach zu erklären sind, dass man auch mit guten ethischen Gründen gar nicht dagegen reden kann. Das heißt, das Dagegenreden bestärkt die, die kritisieren. Das ist eine schwierige Situation. Das ist ein Phänomen, aber dass ich gerne mal aufgreifen würde, denn Herr Ude hat ja vorhin geschildert, im Zeitalter des Begegnungs des Buchstrucks, als die wahrscheinlich 90 Prozent der Bevölkerung noch gar nicht lesen konnten, hatten die viel weniger Möglichkeiten, Sachen zu verstehen und auch die Komplexität von Regierungserscheinungen, das war ja vollkommen undurchsichtig. Also da würde man sagen, okay, die hatten ein Recht aufzubegehen, aber heute machen 60 oder 70 Prozent eines Jahrgangs Abitur. Die Demokratie ist hier gut eingeführt, die Möglichkeiten, sich Informationen zu holen, sind doch eigentlich gar nicht so schlecht. Hier in Deutschland, ist das denn wirklich so, dass Sie... Also mit den Informationen ist das so eine Sache, als seien Informationen eigentlich nur Abbildungen der Gesellschaft. Das ist ja keineswegs der Fall. Das galt übrigens auch schon in der Zeit der Erfindung des Buchdrucks nicht. Also der Hinweis sozusagen auf diese Darstellungen. Das ist ja nur eine Seite. Die andere ist, durchaus hat man die Heilige Schrift, das ist für Protestanten interessant, für uns Katholiken nicht so richtig, also sozusagen die Verteilung, die Verbreitung der Heiligen Schrift ermöglicht, aber gleichzeitig auch die Verbreitung der Kritik an der Heiligen Schrift und gleichzeitig die Möglichkeit, die Sünde auf den Begriff zu bringen. Vorher musste man sie nur tun. Und das sind ja doch ganz spannende Geschichten, bei denen man sagen kann, dass die Medien ja keineswegs eine hehre Veranstaltung der besseren Verbreitung von Informationen sind, sondern auch die Desinformation, auch das Böse, auch die Lüge, auch der Vorwurf der Lügenpresse braucht die Medien, damit es überhaupt sichtbar ist. Das heißt, der Vorwurf über die Lügenpresse findet wo statt? In der Presse. Wo denn sonst? Ich meine, wenn das nicht sichtbar würde, dann gäbe es auch den Vorwurf über die Lügenpresse nicht. Und das ist eigentlich die komplizierte Gemengelage. Sie haben vorhin von wir gesprochen. Also Sie alle, die Sie viel mehr mit den Medien zu tun haben, das ist ein bisschen so die Selbstbeschreibung, die gute Gesellschaft der Medienleute. Aber was ist eigentlich das, was in den Medien vorkommen kann? Das, was mit Information ist im Vergleich zu dem, was vorher da ist? Und da ist Lügenpresse immer noch besser, eine komplexe Situation zu erklären, die genauso aussieht, wie die gestern, auch wenn sie ganz anders war. Wir haben es ja heute eben zu tun mit der Möglichkeit, auch durch eine andere Öffentlichkeit, nämlich im Internet und ganz andere ...